Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen bei Ihrem Schlüsseldienst hier aus der Region Aachen-Würselen, Herzogenrath, zum Beispiel auch natürlich nicht zu vergessen in Alsdorf, Basweiler, Jülich und die Stadt Stolberg. Kennen Sie das Problem? Schlüssel verloren? Haben Sie sich ausgesperrt? Aber das ist doch überhaupt kein Problem. Rufen Sie einfach den Schlüsseldienst Notdienst Monteur Karl an. Er ist erreichbar unter der Telefonnummer 0163 666 2014. Als einstigster Schlüsseldienst bietet Karl im Augenblick den Notdienstfestpreis von nur 50 Euro an. Diese 50 Euro werden Ihnen in Rechnung gestellt und die Anfahrt ist gratis. Das bedeutet, 50 Euro ist der Endpreis, den Sie bezahlen müssen, wenn Sie Karl beauftragen, Ihre Türe zu öffnen. Sollten Sie noch Zweifel haben, so können Sie natürlich problemlos all Ihre Fragen an den Monteur Karl sofort am Telefon stellen. Sie werden ganz schnell feststellen, Karl ist eine absolut aufrichtige und ehrliche Seele. Unser Tipp beauftragen Sie ihn sofort als Ihre Hilfe in der Not, der Ihnen ruckzuck Ihre Türe öffnen kann. Voll ausgestattetes Werkzeug ist natürlich das oberste Gebot. Und was man nicht vergessen darf, Karl ist super schnell bei Ihnen. Das ist unser Versprechen an Sie. Im Kreis Aachen ist Karl meistens in etwa 15 bis 20 Minuten bei Ihnen. Das gleiche gilt auch für Jülich und auch die Randgebiete von Düren. Oftmals sind Kunden sehr, sehr verwundert, denn Karl unterbietet in vielen Fällen die Anfahrtszeit bei Weitem. Manchmal telefonieren die Kunden noch mit Karl, währenddessen er schon in die Straße einbiegt. Ruckzuck und ohne große Beschädigungen, meistens sogar ohne komplette Beschädigungen, werden die Türen von Karl geöffnet. Alles für 50 Euro Festpreis. Nur wenn die Türe abgeschlossen war, dann muss Karl auch zum Beispiel zur Bohrmaschine greifen. Aber es wird nicht teurer. Sein 50 Euro Festpreis bleibt. Hier bei uns in diesem Video kann man sagen, nach dem Bezahlen Karl happy, die Frau happy und alles super. Also keine Tränen weinen, wenn Sie 0163 666 2014 anrufen. Ihr Schlüsseldienst-Monteur Karl steht Ihnen gerne zur Seite und hilft Ihnen, wenn Sie in Not geraten sind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017